Ich bin 41. 41 und du kommst aus Litauen? Ja. Ja, ich war in Litauen zweimal. Das ist ein schönes Land, aber sehr kalt. Ja, aber dieses Jahr in Deutschland war es auch sehr kalt. Ja, okay. Dann machen wir das gemeinsam mit dem Glaubensbekenntnis. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Und dann machen wir das jetzt gemeinsam auf Arabisch. Ja, jetzt bist du offiziell Muslimin geworden. Ja. Und ja, wie fühlst du dich? Ich bin jetzt sehr aufgeregt. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020